3. Dezember, es ist eisig und es ist verregnet und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen! Das hier ist ein Fake Melanie's Loop Armband. Fake ist vielleicht ein zu hartes Wort, aber es ist zumindest nicht das Original von Apple. Das ist eine 70-Euro-Variante von Amazon. Die Firma, die das macht, nennt sich Bluestine und sie machen einiges richtig. Es ist ein interessanter Kompromiss. 70 Euro ist nicht die komplett Billo-Version. Ich meine, es gibt schon Armbänder für 12 Euro oder so, aber es ist auch nicht die 200-Euro-Version von Apple. Man nimmt aber ein bisschen was in Kauf an Abstrichen, logischerweise. Die Verbindungsstücke beispielsweise, die sind aus Plastik, wohingegen die auf Apples Seite aus Edelstahl auch sind. Das Geflecht fühlt sich sehr, sehr ähnlich an. Bedeutender Nachteil, den ich festgestellt habe jetzt in so zweiwöchiger Nutzung, das Band lässt sich halt komplett entnehmen. Wohingegen das Apple-Band so eine Sicherheitsvorkehrung hat, es rutscht nicht komplett raus. Das hier kann komplett abgehen und da muss man ein bisschen aufpassen, dass die Uhr einem nicht runterfällt. Es fühlt sich ansonsten nett an, schließt nett. Ist ein bisschen länger als das Original, aber ansonsten, also das geschulte Auge erkennt durchaus, dass das nicht das Original ist, aber es kommt nah dran. Und für 70 Euro ist das ein ganz guter Kompromiss.